Die Xing Regionalgruppe Köln. Jetzt Mitglied werden und neue Kontakte knüpfen. Persönliches zählt, Geschäftliches ergibt sich. Sind Sie auch schon Mitglied bei Xing? Worauf warten Sie da noch? Treten Sie noch heute der Xing Regionalgruppe Köln bei. Mit über 64.000 Mitgliedern ist die Regionalgruppe eine der aktivsten Gruppen in ganz Deutschland. Das ist Herr Schmitz. Auch er ist seit einigen Monaten Mitglied der Xing Regionalgruppe Köln und begeistert, denn die Gruppe bietet ihm nicht nur die Möglichkeit, sich und sein Hotel vorzustellen und neue Kunden online zu gewinnen, sondern noch viel mehr als das. Die Xing Regionalgruppe Köln bietet jährlich über 20 Events, auf denen sich die Kölner Unternehmer und Beschäftigten kennenlernen können. Kontakte, die Herr Schmitz online geknüpft hat, kann er regelmäßig persönlich treffen und dies nicht nur im kleinen Rahmen. Veranstaltungen mit bis zu 800 Besuchern laden zu regem Austausch in gelassene Atmosphäre und zum ganz persönlichen Kennenlernen ein. Business-Dinner, Vortragsveranstaltungen, Kooperationen mit Messen und viele weitere Events warten regelmäßig im Kalender der Xing Regionalgruppe Köln. Und Herr Schmitz ist immer wieder gerne dabei. Mit den Bekannten pflegt er dann auch Online-Kontakt und mit der Gruppe teilt er Angebote, Jobausschreibungen und Termine seines Unternehmens. Darüber hinaus wird in der Gruppe auch viel Persönliches besprochen. Empfehlungen für Restaurants und Diskussionen zum aktuellen Tagesgeschehen oder Obgölsch sind für Herrn Schmitz ebenfalls eine echte Bereicherung. Wer noch mehr zur Xing Regionalgruppe Köln beitragen und sich an unseren Aktionen und Events beteiligen möchte, der kann als Kooperationspartner aktiv werden. Die Xing Regionalgruppe Köln wird bereits von einigen großen Namen aus Köln unterstützt. Die Kölner Haie und die Lanxess Arena bieten unseren Mitgliedern bereits speziell zugeschnittene Angebote, die Sie privat und geschäftlich nutzen können. Als Kooperationspartner gewinnen Sie neue Kunden und beteiligen sich aktiv an unserem erfolgreichen Networking. Egal ob Hotels, Agenturen oder Medien, die Zusammenarbeit in der Xing Regionalgruppe Köln ist für Partner und Mitglieder ein echter Gewinn. Steigen Sie ein und machen Sie mit! Egal ob in unserem Newsletter oder auf unseren Kooperationsseiten, bei uns erreichen Sie garantiert neue, spannende Kunden. Herr Schmitz wird mit seinem Hotel übrigens auch Kooperationspartner und veranstaltet gemeinsam mit uns ein spannendes Event in einem seiner Tagungsräume, komplett mit Sektempfang und Abendprogramm. Die nächsten Anfragen aus der Gruppe lassen nicht lange auf sich warten und Herr Schmitz freut sich, Seminare und Messebesucher in seinem Hotel begrüßen zu dürfen. Es spricht sich unter den 200.000 Kölner Xing-Mitgliedern eben schnell herum, dass es den Besuchern dort richtig gefallen hat. Dank der Xing Regionalgruppe Köln. Noch Fragen? Kommen Sie doch einfach zu uns in die Gruppe und seien Sie dabei. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu begrüßen. Persönliches zählt, Geschäftliches ergibt sich. Die Xing Regionalgruppe Köln.